Hallo und Glück auf zur Spieltagspressekonferenz gegen den Karlsruher SC. Anstoß ist am Sonntag 13.30 Uhr bei uns im Erzgebirgsstadion. Auf dem Podium begrüße ich unseren Cheftrainer Dirk Schuster und übergebe das Wort direkt an unseren Cheftrainer. Ja, Glück auf in die Runde. Sonntag, denke ich, haben wir eine schwierige Aufgabe vor uns mit dem KSC, die seit dem Restart ungeschlagen sind und auch eine richtig gute Runde seit dem Restart quasi spielen, die tabellarisch ein bisschen Boden gut gemacht haben und ich glaube auch hier ein Auer gewinnen wollen. Aber wir wollen auf der anderen Seite jetzt auch diese zwei letzten Spiele gegen zwei Spitzenmannschaften der Liga, Darmstadt und Heidenheim, vergessen machen. Wollen einen Dreier einfahren und diese Aufgabe auch mit aller Macht so bewältigen, dass wir diese drei Punkte auch hier behalten können. Ich denke nochmal rückwirkend auf die zwei letzten Spiele, rückblickend auch, dass wir da einfach ein paar Fehler zu viel gemacht haben, den Gegner damit auch immer wieder eingeladen hatten, gefährlich vor das Tor zu kommen und Tore zu schießen. Diese Fehlerminimierung müssen wir natürlich am Sonntag ganz strikt auch einhalten, sodass wir mit Mut, mit Selbstvertrauen, mit einer gut organisierten Defensivarbeit auch die Möglichkeit haben, dieses Spiel zu gewinnen, wo alle Spieler gestern auf dem Trainingsplatz waren, auch eine sehr gute Einheit absolviert haben und wir aber noch nicht hundertprozentig wissen, welches Personal und welches System wir auch spielen werden, weil die Karlsruher schon taktisch flexibel sind. Mit dem Ball ein 4-3-3 bevorzugen, gegen den Ball eher ein 4-1-4-1. Zumindest war es bei den letzten Spielen so. Vielleicht lässt sich auch mein Kollege noch was einfallen, das können wir aus der Ferne nicht ganz so beurteilen, weil natürlich auch nicht möglich ist, Informationen vom Gegner zu bekommen. Aber ich denke, dass der Gegner dasselbe Problem auch mit uns hat. Ich rechne mit einem intensiven, kampfbetonten Spiel, wo sich beide Mannschaften nichts schenken werden, wo beide Mannschaften auch den Sieg haben wollen und wo wir alles investieren wollen, von der Bereitschaft, von der Willensstärke, wie wir das auch in Heidenheim gemacht haben, wo wir uns halt nicht für den Aufwand für fast 119 gelaufene Kilometer belohnt haben, sodass es jetzt am Sonntag da, ich sag mal, ein bisschen einen Umbruch geben soll, dass wir wieder in die Erfolgsspur kommen. Gut, damit sind die Mikrofone offen für die Fragen der Presse. Bitte kurz vorab noch Name und Redaktion. Sebastian Sieberz meldet sich gleich. Genau, Sebastian Sieberz von der Freien Presse. Wenn man sich die vier Spiele seit dem Restart anguckt, dann gibt es eine Auffälligkeit und zwar, dass man das erste Tor des Gegners entweder selbst geschossen hat oder mustergültig vorbereitet. Ist das Zufall oder gibt es ein Muster, das Sie angesprochen haben gegenüber der Mannschaft? Nein, das ist definitiv kein Muster, sondern das ist, wenn Sie das als Zufall bezeichnen möchten, ja, ist es Zufall. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade das Spielglück, was wir haben, weil das sehr unglückliche Eigentore waren, die wir da fabriziert haben. In Nürnberg oder auch in Heidenheim sowas passiert und ich denke aber, dass wir im Vorfeld vor diesen Eigentoren schon diese Situation nicht konsequent genug gelöscht haben, dass wir diese Endkonsequenz da auch haben vermissen lassen, kompromisslos Chancen des Gegners kaputt zu machen und auch die Blaupause, die wir in Heidenheim hatten beim zweiten Tor, Flanke von außen, Kopfball an langen Pfosten. Dasselbe wie in Darmstadt, dann muss es uns einfach gelingen, diese Flanke auch mit einem einfachen Fuß davor zu halten, außen zu verhindern. Ja, und das wollen wir definitiv besser machen, dass wir gar nicht erst in solche Situationen hineinkommen, um, ja, vielleicht auch Gefahr für das eigene Tor auszustrahlen. Philipp Weißkaus. So nach Aue, Herr Schuster, Personalien haben Sie angesprochen. Pascal Testrot stand zuletzt in der Startelf. Wie haben Sie ihn gesehen? Wie sehen Sie ihn generell aktuell? Und ja, wie wahrscheinlich ist es, dass er auch wieder von Beginn an ran darf? Dankeschön. Ja, ich glaube, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, weil er auch unsere zwei Großchancen in Heidenheim hatte, wo einmal der Keeper sehr gut reagiert, wo er alleine vor ihm auch auftaucht und zum Eckball abwehrt und auch nach der Standardsituation, nach dem Muster, was wir gespielt haben, am langen Pfosten zum Abschluss kommt und da auch den Ball leider nicht im Netz versenkt. Er ist da schon in der Box ein brutal gefährlicher Spieler für den Gegner und das spielt natürlich auch eine Rolle in unseren Gedanken. Ich würde nochmal den Blick auf die Defensive werfen. Marko Mijojevic war in der Hinrunde einer der Garanten dafür, dass man defensiv so gut stand und auch so viele Punkte mitgenommen hat. Es ist er seit dem Restart noch nicht wieder zum Einsatz gekommen. Hat das vor allen Dingen Fitness, also Verletzungsgründe oder spielt da auch noch mehr eine Rolle? Es waren während dieser Pause wegen Corona muskuläre Probleme, die er zwei, dreimal im Training hatte und so nicht alle Einheiten mitmachen konnte, sodass wir uns zum ersten Spiel anders entschieden haben. Beim letzten Spiel in Heidenheim hat er von sich aus signalisiert, dass er nicht zur Verfügung steht aufgrund einer Zehenverletzung, einer schweren Zehenprellung, die ihm arg zu schaffen gemacht hatte und er aus diesen Gründen auch die Reise nach Heidenheim nicht mit antreten wollte, was wir natürlich dann auch zur Kenntnis genommen haben und respektiert haben, weil es ja auch keinen Sinn macht, einen Spieler mitzunehmen, der nicht hundertprozentig fit ist. Und das war sehr verantwortungsbewusst auch von ihm, dass er von sich aus sagt, er ist nicht bei 100 Prozent und möchte lieber die Verletzung zu Hause auskurieren. Er hat jetzt in dieser Woche sehr gut trainiert, wie alle anderen Spieler auch. Er hat sich auch wieder angeboten und wie die Entscheidung ausfallen wird, jetzt am Sonntag kann ich Ihnen heute noch nicht sagen. Auf jeden Fall steht der Gewehr bei Fuß, hat seine Leistung, auch die Trainingsqualität mit hoch gehalten. Und das stimmt uns sehr positiv bei ihm. Er ist definitiv ein wichtiger Spieler für uns, der es jetzt in den ersten Spielen etwas schwerer hatte, in die Startformation hineinzurutschen, weil die anderen Spieler, die auf dem Platz standen, auch ihre Leistung gebracht hatten. Aber er scharrt mit dem Huf, wie man so schön sagt, und möchte in die ersten Elf. Noch Fragen? Ja, ich würde nochmal fragen, Herr Schuster, Sie haben eben den Gegner angesprochen, wo man jetzt vielleicht manchmal ein bisschen schwierig einordnen kann, was man da bekommt. Jetzt gab es in der zweiten Bundesliga keine englische Woche, aber in der dritten, da gab es teilweise Teams, die bis zu zehnmal gewechselt haben. Das wird vielleicht jetzt in der zweiten Liga nicht passieren, aber es ist aus Trainerperspektive aktuell teilweise dann doch ein bisschen Glückssache. Auf welchen Gegner man sich da einstellt aktuell? Nein, Glückssache, darauf sollte man sich überhaupt nicht verlassen. Ich glaube, wir sollten die Mannschaft so vorbereiten, dass sie auf das Personal, aber auch auf die Systematik des Gegners und das System umswitchen kann, wenn irgendwas nicht funktionieren sollte, dass man diese Flexibilität an den Tag legt, dass man reagieren kann, weil halt auch diese Informationen vom Gegner fehlen. Das ist ganz normal und mein Kollege wird sich auch nicht in die Karten blicken lassen, wen er stellt oder welches System er spielen wird, sondern wird versuchen, uns auch zu überraschen, so wie wir das auch Woche für Woche versuchen, mit dem Gegner zu machen, die Stärken des Gegners nach Möglichkeit aus dem Spiel nehmen, die Schwächen versuchen auszunutzen und das hat jeder Trainer vor. Und sich da aufs Glück zu verlassen, wäre fatal, sondern wir haben schon die Spiele, die sie gemacht haben, in Videos genau analysiert, haben das auch mit der Mannschaft besprochen, haben das der Mannschaft gezeigt. Die Mannschaft weiß, was auf sie drauf zukommt, welche Stärken die Karlsruhe haben, wo man sie auch vielleicht packen kann. Und das haben wir sowohl am Videoschirm als auch in der praktischen Arbeit auf dem Platz mit der Mannschaft durchgezogen, werden auch heute noch diesbezüglich eine Einheit machen, wo wir auch nochmal gewisse Verhaltensmuster simulieren wollen und werden dann hoffentlich sehr gut vorbereitet in die Partie gehen, wo wir dann keine negativen Überraschungen erleben möchten. Und nochmal die Frage, gibt es noch Fragen? Okay, dann brauchen wir das ja nicht weiter länger rausziehen. Wir wünschen unserem Team alles Gute am Sonntag gegen Karlsruhe, möglichst die drei Punkte und damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt und Glück auf und bis Sonntag.